So laden Sie in Google Maps Karten herunter. Öffnen Sie Google Maps und tippen Sie anschließend in das Suchfeld den Ort ein, von dem Sie eine Karte herunterladen möchten. Gehen Sie dann auf das unten markierte Feld, um die zusätzlichen Optionen zu öffnen. Es erscheint eine neue Seite mit Informationen zum Ort. Wenn Sie hier auf Herunterladen tippen, wird die Karte heruntergeladen und Ihnen ab sofort offline zur Verfügung gestellt. Sie können den Ausschnitt durch Verschieben der Karte noch verändern. Tippen Sie abschließend auf Download. Gehen Sie dann auf den Pfeil oben links, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Öffnen Sie das Menü oben rechts und tippen Sie auf den Punkt Offline-Karten. Hier finden Sie nun die heruntergeladene Karte, die Ihnen bis zu 30 Tage zur Verfügung steht. Danke, schön.